Johannes Hübner, Außenpolitik-Sprecher der FPÖ. ... dafür, dass er das getan hat, was notwendig ist. Das hat er aber leider nicht gemacht, sondern er hat... Das hat er nicht gemacht. Er hat die Dinge angesprochen, das stimmt. Er hat gesagt, die Zuwanderungspolitik, wie sie jetzt ist, kann so nicht bleiben. Wir müssen grundsätzlich umdenken. Was die EU macht, ist Schlepperwesen im großen Stil. Ein NGO-Wahnsinn führt dazu, dass die Tore weiter niedergerissen werden. Er hat erkannt, dass das Dach unseres ganzen Einwanderungs- und Asylsystems einsturzgefährdet ist. Aber was hat er gemacht? Er hat im Erdgeschoss die Küche auszumalen begonnen. Und dafür kann ich mich nicht bedanken. Wenn ich in einem einsturzgefährdeten Objekt bin, da muss ich mal versuchen, das Dach zumindest zu pölzen. Und nicht den Leuten zu sagen, schaut ja nicht aufs Dach, darüber reden wir gar nicht. Vielleicht könnte sonst, jetzt ist es nicht das, könnten sonst die Korons dieser Welt kommen und Rassismus und Faschismus und so weiter reden. Also reden wir da gar nicht. Sondern reden wir, dass wir unten die Küche ausmalen und machen wir die Integration der Asylwerber in den Arbeitsmarkt. Und stellen wir jetzt die Asylwerber, die Anerkannten, den möglicherweise Anerkannten und den möglicherweise subsidiär Schutzberechtigten gleich. Und darüber machen wir drei, vier Monate Diskussion und das andere lassen wir weg. Das kann es nicht sein. Und das muss ich auch dem Minister Störger sagen, Sie reden da ganz anders als der Minister Kurz. Aber eines ist Ihnen ja auch klar, Sie unterstützen ja auch die Schließung der Westbalkanroute. Sie unterstützen auch den Türkei-Vertrag. Das heißt, Ihnen ist ja auch klar, dass wir es nicht mit dem Schutz von armen Personen, die vor Krieg, Not, Terror und Verfolgung und Flüchten zu tun haben. Sonst würden Sie das ja nicht unterstützen. Wenn die Leute aus der Türkei beispielsweise wirklich verfolgt zu uns flüchten müssten, dann wäre es ja höchst unmoralisch und für den Sozialdemokraten undenkbar, die Westbalkanroute zu schließen. Weil da müssten wir offen sein und da müssten wir mit allen keinen. Das heißt, und das ist ja auch die Doppelzüngigkeit. Auf der einen Seite ist einem völlig klar, dass wir es mit einem Masseneinwanderungsphänomen aus wirtschaftlichen Gründen zu tun haben, das unter dem Mantel und unter dem Vorwand des Asylsuchenden über uns hereinbricht. Das ist einem klar. Sonst würde man die Maßnahmen nicht treffen und begrüßen. Auf der anderen Seite tut man weiter so, als ob das, was einem klar wäre, nicht so ist und redet über die Integration. Auf der einen Seite schadet man uns am Arbeitsmarkt, auf der anderen Seite werden damit weitere Anreize zur Masseneinwanderung aus der dritten Welt gesetzt. Denn wer sich leichter in den Arbeitsmarkt integrieren kann, kriegt ein zusätzliches Zuckerl. Es wird also den Netzwerken der Schlepper weitere Munition geliefert. Es wird gratis Werbung für sie gemacht. Und es wird das Haus nicht einmal besprochen, geschweige denn restauriert. Und das Letzte, es ist natürlich auch nicht sozial, weil das wissen auch Sie, Minister Stöger, dass die Unterbringung eines einzigen Asylwerbers in Österreich 30 Mal so viel kostet, als die Unterstützung vor Ort. Das heißt, mit dem einen, der kommt, der sich über alles hinweg setzt, der die Rücksichtslosigkeit, die Härte hat, vielleicht auch die kriminelle Energie und vor allem das Geld, seinen Weg nach Österreich durchzukaufen, der wird unterstützt mit dem 30-fachen, dass einer eine Unterstützung benötigen würde, um zu Hause über die Runden zu kommen. Also das, was getan wird, ist verlogen, falsch, asozial und vehement gegen das Interesse unserer eigenen Bevölkerung. Das heißt, wir sollten als Volksvertreter hier endlich Schluss machen und die Dinge beim Namen nicht nur nennen, sondern dieser Nennung entsprechend behandeln. Vielen Dank. Johannes Hübner von der FPÖ mit Kritik am Integrationspaket.